Jungs versus Mädchen Thema, wenn man beim Bäcker nichts kaufen will Wie die Jungs reagieren So, der nächste kann da kommen Hallo! So, was willst du kaufen? Ähm... Hmm... Oh verdammt, ich seh leider nichts was ich kaufen will Aber jetzt steh ich hier und wenn ich jetzt einfach weggehe, sieht das bestimmt super dämlich aus Ich hab ne Idee! Oh nein, ich glaube ich hab den Ofen zuhause angelassen Ich muss jetzt ganz schön nach Hause gehen um zu gucken, ja? Keine Sorge, du hast den Ofen nicht angelassen Äh, woher wissen sie das? Ich bin ne Bäcker, ich weiß sowas! Wie die Mädchen reagieren So, der nächste kann da kommen! Hallo! So, was willst du kaufen? Hm, was nehm ich denn heute? Hm, schade! Ich seh leider nichts was ich kaufen will Aber jetzt steh ich hier und wenn ich jetzt einfach weggehe, sieht das bestimmt super dämlich aus Ach, ich sag einfach, dass ich nichts haben möchte Äh, du! Also ich möcht' Oh verdammt, du brauchst viel zu lang! So, ich nehm das da! Na, das ist ja ne gute Weile, das macht dir 25 Euro 25 Euro? Äh... Mein Kopf! Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Nein! Ja! 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 Ja!